Hallo und herzliches Willkommen bei uns als Lukas Max. Heute haben wir GTA auf Wish bestellen. Mit dabei ist Daniel. Grüße gehen raus. Dafür steche ich dich erstmal ab, Kollege. Und ich bin gestorben. Perfekt. Let's go mit dem Video. So wie man wahrscheinlich schon erkannt hat, sind wir heute in Oblox. Waffen haben wir auf jeden Fall auch schon. Eine AK, eine M16, eine MP5 und Napfel. Let's go. Ich werde aber erstmal ein Auto haben. Wow, Digga, guck mal. Nein, ich fahr. Hä? Er fährt einfach ohne mich. Lass mal ein paar Leute gehen einfach. Let's go. Okay, Digga, ich hab jetzt mein Schwert ausgerüstet und ich werde jetzt jeden jagen, den ich finde. Eine Minute, 37 Sekunden später. Graf, was hat denn so Graf gesagt? Komm her, du Pisser. Erstmal tot. Ö, das bin ich. Schau auf. Von, gehst du mich? Genau. So, wo sind die jetzt alle, Digga? Ich bin vor dir, pass auf. Du schlägst mich schon wieder. Ich schlag dich nicht. Dann komm mir nicht so nah. Okay. Ach, Digga, ja. Das war's hier aber wirklich komplett. Vielleicht geht das. Und Leute, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, wir sind hier wirklich in Los Santos. Das ist zwar noch hier das ältere Los Santos, heißt das von GTA San Andreas. Aber es ist Real Talk GTA. Zum Beispiel, wer kennt dieses Haus hier noch? Hier hast du damals in GTA San Andreas immer deine Freundin abgeholt. Und ich muss hier ganz kurz jemanden töten. Ja, was willst du denn jetzt sagen, hä? Die töten wir auch gleich hier noch. Eigentlich dürfen wir die gar nicht töten, weil die von uns, also... Sprachen lernen. Ich hab gesagt, Hände hoch. Oh, Shit, Digga, der hat einfach Raketenwerfer. Oh, nein, ich bin tot. Ah, Shit. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Roblox gespielt habt. Mein Auto fährt einfach ohne mich. Perfekt. Wir hören mal ganz kurz in den Roblox-Radiosender rein. Nicht die Scheiße. Genau. So, Leute, wir werden jetzt einfach mal die Grove stürmen. Da ist auch schon unser Kollege. Deswegen würde ich sagen, wir zerstören jetzt die Motherfucking Grove. Aber vorher stechen wir uns alle hier ab. Ein paar Sekunden später. Wir gehen mit der AK-47 hin. Und da ist direkt der Erste. Ja, du 31er. Tot. Und der Nächste. Let's go. Der flüchtet, der flüchtet. Down, sehr gut. Ab. Weiter, 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 weiter. Oh, Jungs, wer kennt denn noch dieses Haus hier? Oh, Shit, Alter. Hashtag CJ in die Kommentare, wer dieses Haus hier noch kennt. Und oh, Shit. Sie jagen mich. Help mir, help mir, help mir. Ah. Ich bin tot. Fresh. Jeder GTA-Spieler muss eigentlich dieses Haus kennen. Ich sag nur, ah, Shit. Here we go again. Komm her, Kollege. Besser so tot. CJ, mach auf. Oh. Oh nein, CJ hat mich durch die Map geworfen. Was? Ein 31er. Okay, es ist jetzt mein vollkommener Ernst. Ich werde jetzt die Grove ausschalten. Hier geht es ja nirgendwo rein. Wo wollt ihr hin, hä? Weg mit ihm. Ich komme, ich komme. Sag, weg mit dir. Wer will hier noch stressen, hä? Ihr habt alle keine Chance, Digga. Ah, Shit. Here we go again in den Mülleimer. Nö. Und somit haben wir die Grove ausgeschalten. Jetzt kommen hier die ganzen Fanboys natürlich noch her und wollen nochmal CJ retten. Lass ich es nicht mit mir machen. Okay, Leute. Das war es mit dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr GTA von Wish findet. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts um das komplette GTA-Universum verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luca. Und ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.